Ich bin hier Business Analystin, das heißt ich bin die Schnittstelle zwischen Kunde und Entwicklung. Ich koordiniere die Prozessentwicklung sozusagen. Zum einen entscheide ich darüber, ob ein Prozess automatisierbar ist und zum anderen strukturiere die Prozesslogik in einem Prozessdiagramm, was dann nachher dem Entwickler als Leitfaden dient. Bisschen spritzig vielleicht, also ich wurde schon ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, habe direkt einen eigenen Prozess bekommen. Das war natürlich toll. Ich war mein eigener Projektmanager, konnte meine eigene Denkweise, mein eigenes Arbeiten umsetzen, aber ich hatte auch Hilfe von meinen Mentoren. Ich spiele sehr, sehr gerne Fußball und das brauche ich auch zum Auspauen zwischendurch. Die einen mehr, die anderen weniger, aber wir üben. Also wir treffen uns einmal Monate in der Soccerhalle und dann können sie noch verbessern. Lustig, locker, aber manchmal auch wirklich laut. Also wenn die Nerven ganz rausgeholt werden, dann muss man sich auch schon mal wegducken. Ich bin um sechs Uhr im Büro also. Tatsächlich Kaffee und Tee und natürlich auch mal ein Bierchen, vor allem am Wochenende. Auf Wiedersehen!